Willkommen zurück zu Team Deathmatch. Olé, und ich benutze mal die Usas 12, die ich gerade bekommen habe. Ich bin zwar jetzt ein Usas-Noob in dem Sinne. Nein, 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 nein! Usas. Aber besser als die M20-Darts-Noobs. Richtig. Hieß das so? Ja, so hieß das. Krass. Die wohl im Moment einen Bug hat, habe ich gerade erfahren. Au. Ja, die macht 5 Tonnen Schaden oder sowas in der Richtung. Und komm, wir spielen mit Team Deathmatch, spiele ich einigermaßen wie ein Mensch wieder. Wie ein Mensch. Da war meine Reflexe zu langsam. Ein freaky Mensch. Ein freaky Mensch. Ja, ist das Zeug. Das freaky Mensch ist jetzt ein bisschen hergeholt, aber... Bisschen viel Fantasie, ne? Ja, geht schon. Mit viel Fantasie und einer guten Portion, oder einer schönen Portion guten Willen geht das dann. Ach, verdammt! Junge, Junge, werden wir hier gerade gemoscht. Vor allen Dingen gerade hat man nur so viel Vorsprung. Was ist denn das für ein Slot-Server? Äh, 32. Ah. Ah. Ah, so eine blöde Kackkiste, ne? Du kannst über Autos springen, aber über eine Kiste laufen geht nicht. Ja, von hinten. Fuck you, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Um mich rum sind 1000 Verbündete gewesen und er kann mich von hinten töten. Seriously. Ich glaube es gerade nicht. Du glaubst es nicht? Ich glaube es gerade nicht. Oh, wie lange der nachlädt, ey, krass. Ich bin hier ganz übel am Campen und gerade wurde mir das Heim gezahlt. Ich brauche mal ein paar Usas Freischaltungen, dann geht halt mehr ab. Los, lasst euch töten! Mit welchem Level kriegst du die Usas? Äh, 43. Ja, da habe ich ja noch ungefähr 20 Level hin. Sorry Freaky, ich liebe dich, wurde hier gerade hingeschrieben. Wurde in die Wand geschossen. Ja, ich... Warte, ich schieße jetzt so ein Herz in die Wand. Pass auf, warte, warte, warte. Mit einer Schrobschnitte und einen Schuss. Erkennt man dein Herz? Jetzt bin ich eh gestorben. Ich sehe gerade gar nichts mehr wieder. Man erkennt das Herz, man erkennt dein Herz. Aber du bist ganz woanders. Ich verstecke mich gerade hinterm Baum. Hilfe! Achso, ich habe noch 100%. Achso, war Niederhalt, okay. Immer dieser Niederhalt. Ganz übrige Schichte. N3 ist cool, ist tot. Ja, jetzt ist er wohl nicht mehr so cool, ne? Verdammt, mit der Farmers hat er mich abgemessert. Abgemessert. Och, komm! Mit der M26 Dart wieder, weißt du? So ein Penner. Ach, da war wieder meine Kiste, wo ich hängen geblieben bin. Ey, diese ganzen Leute mit dieser M26 Dart, die können sich bitte einmal alle verpissen, ey. Boah, da kämpft wieder einer hart im Gang, ey. Warte mal, nehme ich jetzt auch. Die nimmt mir ja total sicher ganz woanders. Toll. Ich kriege eins zu viel! Nein! Oh, doch! Wuhu! Ja, genau! Ich glaube, das war ein Headshot. Ich kann doch bei euch gar nicht drohen, ihr seid immer tot. So wie ich. Aber will der mich fahren? Ich nehme! Ey, ich bin dauer-tot. Oh, ich hätte mich ja genau mit der M... Ohne Witz, M26 Dart, ihr seid alles Ficker, ihr seid so behindert, ey. Ich hasse euch. Super Ficker. Super Ficker, ihr seid Mörder-Ficker. Ficker. Ich camp jetzt auch hier oben wieder eine. Man geht den verdammten Weg lang und von... Oh! Ich weiß schon, warum ich die Mapp nicht mag und lieber mit mir Wang Island spielen möchte, ey. Ich mag diese engen Mapps nicht. Nicht? Ach, du wolltest große, ne? Ohne Witz. Und dann treffe ich den nicht mal. Und jetzt hat der noch niemals geschossen, ey. Also! Ja, die Ecke hab ich bis jetzt am meisten gesehen. Ey, wie dir denn alle deinen Ruhe lassen? Komm, sind wir mal scheiße, wir nehmen jetzt mal... Was sagtest du, die Dart? M26 Dart, ja. M16, glaube ich. Ich möchte die mal testen. Pimmel rennen die alle mit rum. Ich glaub, ich hab die gar nicht. Kriegt man die? Äh, das weiß ich nicht. Hier ist die Munition, Mann! Hier ist die Munition, Mann! Autsch! What the fuck? Meine Fresse, Kräuter Sven! Ohne Witz! Du bist so ein schwanzloser Basterd! Wer Kräuter Sven? M26, Kräuter Sven! Da rennt die ganze Zeit mit dem Gerät hier rum. Ohne Witz! Die ganze Zeit mit dem Gerät hier rum! Ohne Witz! Die ganze Zeit mit dem Gerät hier rum! Und dann... Aber wenigstens ne Pfamm gewinnen! Verdammt! Ne, krass! Und das ganze ist ja so ein Schrotgewehr. Kannst du von extrem weiter Reichweite einfach abdrücken und sobald dich eine Kugel trifft, bist du halt Geschichte. Krass! Aber ist da die M26 MASS halt mit Dart-Munition oder was war das? Genau. Krieg ich ein paar Ribbons? Ribbons für den Schleifenschrank. Ich weiß gar nicht, was diese ganzen Aufträge machen. Ja, nur Freischaltung für Waffen. Ja, da musst du irgendwelche komischen Sachen dafür machen. Ja, genau. Ich bin schon gelangweilt von meinem Nicht-Können. Achso, du bist müde, kurz vorm Einpenso. Deswegen treffe ich wahrscheinlich auch nichts. Runden Dauer 190 zu 53. 190 Minuten und 53 Sekunden. Echt? So viel? Achso, weil der Server schon lief vorher, ne? Ja, kann sein. Boah! Wahrscheinlich war da einfach 100... Wahrscheinlich war da einfach 3 Stunden kein Schwein drauf. Genau. Bis wir kamen. Der hat gedaddelt. Bis die Flut kam. Mal wieder Teheran, Schlechtwasser. Och, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben immer die gleichen Maps gerade. Aber die ist jetzt kleiner. Die ist eingegrenzt. Die kenn ich aber gar nicht so auf der Art. Auf die Art. Ich glaub ja, ich kenn kaum eine Map auf die Art. Spiel kaum Team Deathmatch. Oh, die ist sehr niedlich klein. Ausrüstung. Ja, Mist. Die Dart hab ich ja noch nicht, ne? M30 Mass. Sieht aber so aus. Musst du mal mit einer anderen probieren. Ich weiß nicht, ob es mit jeder geht. Ich rette dich! Oh! Da ist Kräuter Sven schon wieder. Ja, Kräuter Sven. Der Penner. Geht nicht, verdammt. Was denn? Ich will den Zaun hier weg sprengen, damit ich hier durch kann, wenn ich da langlaufen will. Ja, M26 Dart. Steht auch dran, ne? Die hab ich noch gar nicht. Krass. Ich komm, ey! So, pass auf. Jetzt nehm ich mal meinen anderen Aufsatz hier wieder. Warte. Oh, Junge, schlepp den nur. So. Nein! Ich bin hier purely am verkacken. Ja, geringfügig. Von wo ballern die denn? Ich kapier das nicht. Am Arsch. Wahrscheinlich wäre ein bisschen schwächer gemacht worden die Waffe, aber Latte. Ach, naja. Ich brauch Magazinerweiterung dafür. Oh, schleber. Ist irgendwie schade, dass hier so wie eine M320 und Dartnoobs dabei sind. Und Usaspanner. Jetzt lass mich doch mal durch die Tür durch. Oh! Ich werd so aggressiv. Ich könnt alle kurz in kleinen schlagen, ey. Hier gammelt nur einer rum. Wenn er dabei ist, oder was. Oh nein, Hilfe! Dann stirbt er mir. Ich such mir grad einen Weg. Das ist blöd, ey. Du musst immer so weit laufen zum Sterben. Oh, verdammt. Das war nix. Wenigstens hab ich in Fahrt gekriegt. Junge, wie viele sind da hinten. Geh doch durchs Fenster durch. Geh doch durchs Fenster. Ja, jetzt kommen die da vorbei. Ich stand die ganze Zeit da. Damage-Dina-XX. Ja, wo sind sie denn? Ach, da. Boah, krass. Ich konnt durch diesen Lattenzaun nicht schießen. Das ist ja immer toll. Konntest du nicht? Ne. War ja nur die Usas. Das geht ja dann. Und schon wieder tot. Also im Moment ist das ein bisschen kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sarah, die Map ist auch Müll. Die Map ist auch reiner Müll. Wow, ich hab mal zwei getroffen. Waah. Wessen Abonnent ist das? Noch einer mit ner Dart. Wir können Wetten abschließen. Zu wem gehört er? Nein! Ja, wenigstens ein paar Punkte. Hab ich? Ah, so ein paar. Gegenfügel. Das geht nicht, dieser vollkackte Lattenzaun, ne? Vergessen gerade Oh, da war der von uns Der Lattenzaun? Ne, der dahinter stand Regst du auf, so unser Teamkamerad? Wir haben so ein scheiß Team, bla 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 Okay, aktuell sind wir wirklich am ablosen Strenkt euch an Soldaten Oh mein Gott Ach Gott, das gibt's einfach nicht Krass Jetzt renn ich einfach mal rein Ach, verdammt Ja Baby, du renn einfach rein Sieh nur, wie du reinspringst und stirbst Ne, ich hab ein paar erwischt, du Leroy Jenkins Leroy Jenkins Sag mal, das kommt doch von World of Warcraft, ne? Wann hat sich da jemand, was da passiert war? Echt? Krass Wo bin ich denn jetzt voll weit weg? Oh, verdammte Ja, genau Ich komme Ich, ähm Ma, schon wieder tot Eigentlich hab ich die Waffe nur genommen, weil er jetzt voll nah kam, war und jetzt bin ich voll weit weg Es ist absolut nicht lobenswert Und hier abgeht, ey Ist nur wildes Rumgeballer Ja Auf Maps, die ich absolut nicht mag, seit vier, fünf Runden Ja, wir können ja gleich nochmal eine von deinen Maps nehmen Na, aber ich hoffe einfach mal, dass nach der Runde einfach eine Map kommt, die ganz okay ist Ich meine nochmal Server Och, komm! Ich denke mal, hier kommt nochmal ein Rückspiel Auf dem Team Deathmatch kommt ein Rückspiel? Hm, ich meine ja Glaube nicht Ich glaube, das war bei Eroberung und so Aber ich glaube, bei Team Deathmatch nicht Ich spawne gerade so müllig Oh Mann, ich bin ganz weit unten Ich kann gar nicht mehr tiefer sinken Bist du ganz unten? Das ist so traurig Nee Rest in pieces noch Unter mir Bewahrt noch meinen letzten Funken Ehre Weil der Name passt dann aber auch für ganz unten Boah, nee, warum lade ich so oft nach? Das dauert voll lange Och, komm! Ey Ah, was habe ich denn da? Gar nicht getroffen, den Sack Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat Ich bin so einer verkackten, entschiedeten Waffe, ey Wahrscheinlich Boah, ich habe so einen Rotz gerade auf die Jetzt geh doch mal rein hier, verdammt Ey Wage ich hier an nix fest An Luft Ey Freaky, du bist Zweiter Ist klar, darf er nicht gewinnen Wenn wir oben sind, wir beide Ich kriege auch nur Hilfe für Kills Wenn wir das Beste sind, was unser Team hat Dann ist verloren Oh, ich habe zwei Kills gemacht Komm, was machen die denn hier? Die gammeln hier die ganze Zeit ab Boah, jetzt bin ich im Container gefangen Doch, komm! Der Schmotz Ey Ich will irgendwas kaputt machen, wirklich Nimm die Maus, nimm die Maus Ich bin schon ein Kasselungsbeziehungsball Oh, schon wieder tot Nimm die Maus, Maffi kauft dir eine neue Wo wohnt er nochmal in Italien? Äh, Spanien Ach, Spanien Spanien in Mainz Spanien bei Mainz, ja Wack, 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 wack Ja, das ist jetzt heute nicht die Runde so So gerade fand ich mich schön Und der ist immer noch nicht tot Ich bin, lebe und sterbe und lebe und sterbe Naja Endlich Sauber Nein, oh, ich will nicht wieder über den PR Ich hasse es Das Leben des Soldat, James Ryan Ich glaube, was reicht in dieser Aufnahme Ich glaube, was nicht Ich bleib mal hier auf dem Boden liegen Oh, verdammt, das ist einer von den Gegnern gewesen Scheiß Nachladen Junge, Junge Ey, Junge So ein Feuerball Boah, so ein Feuerball, Junge Oh, wo ich dieses Cobra-Rotpunkt-Visier ist Oh, das ist gut, das gefällt mir Das gibt's gar nicht, was hier ist Was ist hier los, ey War mir geil, ich habe wiedergelebt so Und kann alle abschlagen mit meiner Pistole Hat nicht klappt Es ist unausgeglichen, findet ihr nicht auch Ein bisschen Etwas, weil die ganzen Loops gegen die ganzen guten spielen Ja, weil die anderen wir zu langsam sind Ja Oh, zwei Wann ist dran, sauber Oh, verloren Krass, schon drin Was für eine schlechte Runde Ey, ich will das gar nicht hochladen, ey Aber ihr habt's versprochen Aber warte, so schlecht war das gar nicht Immer nur im Positiven Ich nicht Ey, es ist zum Heulen Über 1.0 wird hochgeladen Über 1.0 wird hochgeladen Es ist so zum Heulen Ey, doch, ich war sogar noch im Positiven Mit einem Kill Freaky hatte 0.6 Tja, Freaky Trotzdem Ja, komm, wir gucken mal Jetzt kommen wir, ansonsten machen wir mal das, was Freaky wollte Eine große Map Mal schauen Damit jeder mal auf seine Kosten kommt Ja, ich warte noch spielen Ich find's toll Lass doch ruhig 1, 2 so eine Map spielen Dann hört ihr mich hier gleich richtig ausrasten Und hab mich bestimmt seit einem Jahr In dem Let's Play nicht mehr getan Gaspische Grenze Joho Jawoll Hast recht, doch kein Rückspiel Hast du nochmal Glück gehabt, Freaky Na, erstmal abwarten, wie er sich jetzt schlägt Vielleicht rastet er ja trotzdem aus Wenn das dieselben Team sind, genauso Ich mein, weil Ey, es ist Stell schon mal die Gläser vom Tisch Ich werd gleich gehen und alles beleidigen Ich hab so einen roten Kopf hier vor, wo ich schwitze Hast du wenigstens ne Tastatur aus Metall? Ich hab ne G15 Der kommt nicht Ein roter Kopf bei dir ist ja normal, aber Voll netz, oh? Du mit dem roten Kopf Freaky, der mit dem roten Kopf Sehr gut Oh, das sind's ja schon alle Oh, fuck Ja, Sau Ja, ich hab schon einen weggehauen Ohne Scheiß, ich steh hier, ne? Oder ich lieg hier und da schmeißt wir einer Medikit genau vor die Flinte In dem Moment von Geichner reinkommt Naja Ätzend hat er mich überrascht Wenn ich jetzt kein Comeback feier, ne? Oh na, dann gibt's hier Tote Beziehungsweise gibt's halt keine Tote Wenn ich mein Comeback eben nicht feier Ja, natürlich Boom Bam Katschau Oh Schinken Fiesta, Fiesta Mexicana Was wird was in Bagdad für Saddam, Saddam Hussein Was dich auch im Dunkeln erzittern lässt So, wo sind die, geh ich, ne? Hallo? Hallo? Hier bei mir sind sie Boom Haha Fieke geht ab Spielst du grad mit C4 rum, oder was ist das? Haha Das ist selber die Luft gesprengt Aggressionsbewältigung Aggressionsbewältigung mit C4 So, weg mit dir, Auto Oh, Hilfe Hilfe Frisst das Yes Haha Ja, natürlich Boah, er rennt hier rein, schon wäre so ein M- Oh, tot ist er Ich brauch sofort einen Sanitäter Ja Yes Haha Hey Junge Meine Mutter wird gleich so hier reinkommen und sich aufregen Halt die Fresse Oh, oh Yes Ja, Daniel hat auch schon gesagt, mancher, ich rede zu laut Papa ist wieder zu Hause Warum hast du einen Kill? Haha Ey, von allen Seiten, ne, vom Dach war das, oder von oben dem, ne? Nein, 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 nein.